Ich lasse dich, dass du dir auf deine Aufricht geflogen kommst. Da schießt schon wieder einer? Leg dich hin, auf Kreis. Ich habe kein Zielfernrohr gemacht. Ich lasse gleich meine Waffe wieder droppen. Kann mir da irgendwo eine sehen. Dann hast du wieder nur geblieben. Aber jetzt geht das richtige Spiel los, ne? Jetzt geht es los, ja. Bornyard, Bornyard. Markierst du denn, Debo? Könnt ihr mal im Chat schreiben, ob ihr die anderen auch hören könnt? Ich sehe keine Kopfgelder, schade. Also ich bin einer von den anderen. Braucht das irgendwer? Braucht das irgendwer? Genau, wenn er mich hört. Debo, Mr. Floppy, könnt ihr die hören auch? Hallo. Hallo Chat. Mal sehen, ob jemand was schreibt. Ja, können wir. Alles klar. Sag ihr, wenn ich springen soll? Genau, direkt. Und dann nach rechts. Ich habe gesehen, dass ihr raus seid. Zu der Lupe. Aber jetzt sehe ich euch nicht mehr. Verdammt. Wie soll ich denn da hinkommen? Wenn du schneller sein willst, dann musst du ein paar Sekunden fallen, Fallschirm ziehen, ein paar Sekunden fallen, Fallschirm ziehen. Ich sehe Mr. Floppy über mir. Ein bisschen weiter nach vorne. Und wir wollen zu dieser grünen Markierung? Genau, ja. Am besten noch zu der Lupe. Da geht es um Kisten sammeln. Und da wir ja sowieso Kisten brauchen für die Manni Manni. Das ist ganz praktisch. Manni Manni Manni. Ach, das war falsch. Sag mal, dieser Teil da mit den ganzen Flugzeugteilen. Ist das nicht auch eine kleine, alte Qualität? Genau. Scrapier. Ich glaube. Jetzt kommen wir hier hin zur Tankstelle. Soll ich zu dir kommen? Ich glaube hier, oder? Ja, cool. Da muss ich Tibo jetzt auch durchschlagen. Du bist ja schon ziemlich tief. Okay. Ich gehe die Tankstelle runter. Ah, hier ist wieder so eine pinke Waffe, Mo. Warte, springen die dir mit? Sehr gerne. Warte, ich parkiere sie dir. Die liegt hier. Da hinten? Okay, ich bringe sie mit. Ah, nein. Hier ist noch das Gewehr, was du in der Hand hast. Mit einem Zielfernrohr, Mo. Vielleicht das Maschinengewehr. Oh, Panzerplatten. Panzerkiste. Ich schmeiße mal hier Panzer. Du kannst dich wieder vollpanzern. Mo. Wie cool ist das dann? Ja. Eben wieder mit Dreieck voll machen. Ja. Ich habe da so eine Anzeige. Da steht jetzt vier. Also ich kann fünf einsortieren, ne? Mh. Ey, Uwe. Uwe, dein Paket ist heute angekommen. Komm mal her. Ich habe gerade zwei Weihnachtsmänner gegessen. Vielen Dank. Oh, 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 oh. Kommt mal nicht dahin, wo ich gerade hinrenne. Ich renne zum nächsten Ziel. Ja, das meine ich ja. Ach so, da nicht hin. Das sind gerade die Feinde gelandet. Kannst du mir mal dein Gewehr zeigen? Ja. Oh, das sieht aber schön aus. Ist ja ganz blau. Wapp, schon wieder? Verpisst euch doch mal. Hm. Noch nicht platter. Wo müssen die jetzt da sein? Natürlich ist es auch auf der anderen Seite. Mann, Mann. Kommen wir unter den Anwendungen einfach? Oder was? Ne, wir gehen mal auch mal zu diesen. Nein. Was ist hier diese Plattform mit dem Dollarzeichen? Ähm, da können wir einen Hubschrauber antworten und unser Geld einzahlen. Oh. Das wollen aber immer alle gleichzeitig machen. Und das macht auch Spaß, damit das gut zu klären. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde interdifiziert. Was schießt du da? Oh, schießt er. Da oben kamen keine Beine runter. Links von uns hinter uns. Hinter die andere. Da wo wir herkommen. Ich bin nicht so schnell. Oh, ja. Ich hab ihn. Shit. Boah. Meine Leiche hat gezuckt. Ach, der hat uns auch mit dem Granatwerferfeilbogen kaputt gemacht. Das ging ja schnell, ey. Halt Bernd. Sind gleich wieder da. Sieht das selber, Leute. Ich hab auf dem ganzen Bildschirm irgendwelche Anzeigen. Oh, hier ist eine Panzerweste, falls ihr hier landet. Entschuldigung. Hier ist hier eine Panzerweste. Wo ist die nächste Gister? War's das schon? Okay. Soll ich bauen wieder auf das schöne Ding zu? Ja, die bohrt da eine Panzerweste. Die kannst du mal nehmen. Ja. Als ob das helfen würde. Dann hast du aber direkt 8 Panzerplatten. Doch, doch. Also die schießen dann schon 2-3 mal mehr auf dich, bis du überhaupt down bist. Ist die Vigo? Nee, irgendjemand sehe ich. Panzer. Ich bin schon, ich geh schon weiter. Okay, okay. Oh, scheiße. Jetzt ist sie ausgegangen, die Weste. Da ist sie. Oh. Habt ihr noch? Hab sie, hab sie, hab sie. Der Feind nähert sich. Aber die muss ich jetzt auch füllen, ne? Die ist nicht einfach voll. Nee, die ist direkt voll. Das ist das Schöne. Wenn du die einmal anziehst, ist sie erst mal direkt voll. Meinst du? Ja. Ja, eigentlich muss. Achso, eigentlich schon. Wenn ich die anziehe, ist das eigentlich immer so. Wow. Mich schießt einer. Wow. Komm mal. Aber du bist... Der viel zu weit weg, wahrscheinlich. Nein. Nicht mehr im Schussfeld. Ich hab ihn aber gedowned. Alles gut. Ausgenockt. Nee, noch nicht ganz. Gibt's da noch was zu luben? Bestimmbar. Nee. Nicht knapp. Ich hab jetzt erst, ich wurde von hinten angeschossen. Achtung, ist da drüben schon wieder einer? Nee, sah grad nur so aus. Ich bin jetzt bei dir. Keine Panik. Ich bin jetzt bei dir. Keine Panik. Da fällt irgendetwas. Ich schütze euch. Ich hab ein Maschinengewehr. Ja. Hier ist noch eine Sniperin. Achso, die Scharfschützengewehr gefunden. Wenn du direkt drückst, kannst du die Pistole wegnehmen und den Sniper nehmen. Ja, ich hab die Pistole schon gegen eine P50, oder wie es den heißt, getauscht. Was ist denn das da oben? Hier ist noch eine Kiste zu retten. Achso. Das ist ein Dingens. Ich frag mich warum das schießt. Da oben ist ein Dingens. Manni. Hubschrauber. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Komm runter. Wollt ihr auch noch mit drauf schießen? Er kommt runter, er kommt runter. Wo dürfen wir drauf schießen? Wo ist denn der jetzt? Wo hatte ich den mal noch umgebracht, Leute? Ich hab leider keine Munition mehr. Hat jemand für Munitionskiss oder sowas? Ach du, wir waren ein Hubschrauber. Ach ja, den, den meinte ich doch. Schieß mal mit da drauf. Der ist gleich kaputt. Der ist gleich fertig. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Da oben, der kommt Hubschrauber. Ja, ist weg. Ja. Geld sammeln. Das ist unsauber. Und da drüben ist gleich Geld abgegeben. Ja, hab ich, hab ich. Also dann direkt zum Schwein. Wow. Ey, ich hab, ich hab jemanden erschossen. Ich hab nur leider keine Muni mehr. Ich hab nur leider keine Muni mehr. Hm, sehr schön. Ich glaub mein erster, mein erster Toter. Wow. Achtung von links. Oh fuck, 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 fuck. Ich lade gerade nach. Scheiße. Ich hab leider überhaupt keine Munition. Hat jemand eine Munitionskisse oder sowas? Ich muss mal Munition anziehen. Was finden wir? Hm. Ich weiß leider nicht, wie man das rausfindet. Ich glaub, hier liegen welche. Ja, geil. Sehr geil. Okay, ich hab das Geld. Falls jemand Munition braucht, hier liegen drei Munitionskisten. Sammelt das ganze Geld in diesen... Achtung, ich... Da kommt ein Gegner hinter mir. Ich glaub, da will ich mein Geld haben. Achtung. Haben die schon wieder eine Million. Pass auf. Achso. Wo ist doch da? Wo bin ich? Da wo Floppy gerade herkommt, meinte er gerade, da kommt ein Feind. Also jetzt ab zum Schwein. Ich hatte da aber auch eine Anzeige eines Feindes. Feindliche Drohne über uns. Ja, okay. Einfach Risiko. Wir schaffen das. Auf irgendeinem hohen Turm oben leuchtet das ganz doll. Heißt das nicht, dass er ein Sniper ist? Eigentlich ja. Dann schön laufen, laufen, laufen. Wow! Ich hol mal den Hubschrauber. Wow, f***. Wenn er da ist... Wow, wir haben hier rüber gekrochen. Kannst du irgendwie schnell hier rüberkriechen? Geh zu mir. Bist du denn? Oh Gott, das wäre ein Alter. Wow, nein! Ah, jetzt hat er mich auch. Floppy, wo bist du denn? Beim Dings. Kannst du uns vielleicht helfen? Ich bin zu weit weg. Wir sind... Nicht vom Zeug. Aber wir wollten doch zum Flugzeug. Achso, ihr seid zum anderen gegangen. Ja, ich bin ja hier beim Flugzeug. Hubschrauber. Nee, beim dem Schwein abgeben. Ja. Nächstes Mal müssen wir markieren, weil ich bin zum anderen Schwein gegangen. Weil... Ja, der war super nah. Okay. Sorry. Nicht schlimm. Ich wollte kein Schwein abgeben. Ich habe stattdessen den Löffel abgegeben. Verdammt nochmal. Schritt hätten wir das ganz nice gemacht, der Schwein. Wo bist du denn jetzt? Ich komme jetzt nur alleine. Ich komme nach Mo. Bist du auch gestorben? Oder will du was? Ja. Warte mal, du bist... Warte mal, du bist... Zurück zur Basis. Ja, da komme ich auch hin. Da fliegt auch ein Feind aber gerade hin. Ich gehe mal da aufs Dach. Das sind zwei Feinde beim Schwein. Sie hauen ab. Oder auch nicht. Dann jetzt kann man Geld einzahlen. Ne, aber das sind gerade drei Feinde. Geht da nicht hin. Nein. Ich lenk die nichts jetzt ab. Oh nein. Achtung, links von dir. Jetzt lade nach. Lade nach. Lade nach. Dann sind sie weg. Schießen da schon wieder andere auf die? Ja. Ach nee, du bist das. Geil, Mo. Ja. Ich schieße immer Leute ab. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Ach, da seid ihr. Meine Waffe ist aufgeschrieben. Ich habe die vom Dach. Dann kannst du demnächst auflooten. Da, wo du getötet hast, immer schön drüber laufen. Komm schnell Geld anzahlen. Der Hubschrauber ist gerade hier. Okay. Ich hätte gerne ein Steelfernrohr von meiner. Was ist denn? Ach nee, wieso der Hubschrauber ist gar nicht hier? Oh, hier ist ein Rot. Jetzt kommt aber noch einer. Wo seid ihr? Wir sind bei dem Schwein. Ja, ja, ja. Ich hätte hier noch so einen Luftballon, den wir voll machen können. Wow. Hier, Luftballon. Ich habe eingezahlt. Ist gut. Hier sind noch Munition. Panzerplatten. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Achtung, da ist wieder einer. Der will es wissen. Hab ihn. Ich habe mein Geld hier abgegeben. Das ist noch besser. Hab ich den getötet gerade? Oder ist der von alleine umgefallen? Nee, ich von alleine. Der ist einfach gestorben. Ich bin ein Mädchen. Bei mir macht alles nur Piu Piu. Ich lerne noch. Ich auch. Hast du noch Plattenbuch? Mit Dreieck? Weiß ich nicht. Oben. Drück mal Dreieck. War lange lange. Ja, ja. Ich habe Dreieck gedrückt. Schon vorbei? Das ging aber jetzt schnell. Da hat aber einer gesammelt von den anderen. Okay. Mo, wenn du die ganzen Maps so kennst, dann kennst du doch bestimmt auch Shipment. Das sagt dir doch bestimmt was. Ich kenne die Namen wahrscheinlich nicht mehr. Weißt du? Aber ich kenne auf jeden Fall alle Call of Duty Modern Warfare 1, 2 und 3 und noch weitere Maps. Ich habe erst irgendwann bei Black Ops oder so habe ich irgendwann aufgehört. Ich habe mit diesem hier angefangen. Für mich ist alles neu. Corona wird immer aggressiver. Mhm. Ah. Ich könnte mir ja in eine ganze Flasche Lüffi reinpfeifen. Oh, das ist schon lecker. Ja. Was ist denn mit Luschis, der Lusche? Lässt du uns ja alleine. Irgendbedingt was genau. Er muss nur so fünfmal das Pferd striegeln oder sowas, ne? Nee, der sucht jetzt einen Metalldetektor. Oh, um Schätze zu bergen. Nee. Er hat seinen Detektor noch nicht. Ich glaube es doch nicht, ey. Ihr seid echt Spiele-Nerds. Wobei, ich habe bestimmt auch wieder Noob mit P geschrieben heute. Schätze ich. Gestern auch schon. Ja, ja, ja. Kann passieren. Eich schnupf. So Leute, ich finde mich, vielleicht mal für alle Zuschauer. Ich habe ja Call of Duty gespielt und fand das gar nicht so toll. Aber das Warzone bzw. der Multiplayer, die schocken schon. Die sind so wie früher, als noch alles gut war. Wieso spielen die schon? Und ich darf noch nicht. Ist das nicht nett? 20 Sekunden geklaut, die er schießt. Oh nein, ich habe die falsche Waffe genommen. Ausrüstung wechselt schnell. Ich glaube, ich habe einen Typ mal umgelegt. Sicher bin ich mir nicht. Ist er tot? Ja, ich habe ihn umgelegt. Oh Gott, der klingt ja so ganz hilflos. Ja. Ich schieße ihn noch mal im Kopf. Boom. Jetzt ist er tot. War das Oigni? Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Das hat er auch immer gemacht, um die Welt zu retten. Wir müssen direkt raus. Können wir mal ins Meer ein bisschen schwimmen? Oh nein, da wollen ganz schön viele hin. Schaddi. Müssen wir da hin, wo die Lupe ist? Ja gut, da wollen gerade noch nicht so viele hin. Nicht unbedingt, aber ich muss tägliche Aufgaben wären für mich in diesem Gebiet Aufträge starten. Noch geiler wären natürlich Kopfgeldaufträge, aber hier sind keine. Ich lande mal hier auf einem Dach. Und nicht vergessen, den schönen Bumban folgen. Oh, hier ist ein Ballon. Ich habe schon einen. Hier ist meine Bank, wenn ihr was einzahlen wollt. Wo ist meine Kiste? Ich höre lauter Schisser, aber ich sehe keine Leute. Jetzt sehe ich einen. Hier ist wieder das Maschinengewehr mit Zielfernroh. Ich habe mittlerweile so ein anderes Gewehr-Ding gesehen. Können wir auch gleich mal gucken. Du hast jetzt ein bisschen gespielt. Dann hast du schon mal ein paar Aufsätze. Dann kannst du seine private Waffen machen. Aber irgendwie hat doch jemand gesagt, der Feind. Nee, natürlich. Aber ich sehe da keinen. Da sehe ich einen, ich sehe einen. Da ist ein Feind. Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Hier randet einfach vor mir. Nein, Mist. Oh! Auch ein scheiß Dach, die scheiß Dach. Die sind alle hier bei mir, Achtung. Ich hatte einen Wiederbelebungsskitz. Eine Sekunde vorher gefunden. Hey, ich gucke irgendwo hin und da staubt das so grün. Bei Debo. Bist du da in der Nähe? Da war gerade Luftangruft. Ich sehe genau dein Marker vor mir, ja. Ich liege beuchlings auf dem Dach und Sniper. Oh nein, was habe ich getan? Aber irgendwie sehe ich keinen mehr. Da sprang einer dann genau über Debo ab. Feinde in der Nähe. Haha. Ich habe ihn umrundet und habe sein Geld geklaut. Schnell den Ballon eingezahlt. Danke, du Typ. Ist doch nett, ne? Wenn sie einem das Geld bringt. Wow, Leute, ich habe einen erschossen. Oh, Sniper, 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 Sniper im Haus. Da drüben. Ich habe einen Waffenausstieg. Nächstes Ziel entdeckt. Wow. Wo ist das da hinten? Ach, du bist das? Ja. Wie gesagt, Sniper in dem Haus da drüben. Ja, ich geh aber auch zu den Leuten, die Snipern. Glaub ich. Ja, aber das sind immer die Oberergies. Vor allem, wenn sie noch in Häusern oder auf Dächern campen. Ich habe aber leider nicht gesehen. Ich habe auch auf so faulen Haut liegen. Ey, ich campe auch gerade auf einem Dach und freue mich voll, dass ich zum ersten Mal in Ruhe Leute abschießen kann. Na dann. Mach weiter. Am besten gib uns Deckung. Von wo auch immer. Ich habe echt keine Ahnung, wo ihr seid. Ich habe die zwei markiert. Fliegen. Ist der Sniper noch her? Der ist noch da. Der Sniper ist immer noch da. Oh nein. Ah, der hat mich auch. Ich war gerade schön damals. Ich habe ihn kurz angehittet. Komm, kommst du hin? Jetzt sehe ich euch. Alles klar. Ich sehe eure Markierung. Willst du links anschießen und ich schieße rechts, dann können wir ihn... Hinter mir ist einer gelandet, hat mich erschossen. Das ist aber unfair. Ist ja oben im Fenster. Er war. Ja. Der hat mir zuerst meinen linken Fuß geschossen. Ich laufe. Gib mir Deckung, gib mir Deckung. Ja. Um kurz nachladen. Ich melde den mal. Das war so unfair. Feinde landen im Einsatzgebiet. Sogar mit einer Claymore hat er sich abgesichert. Ah, scheiße. Er hat mich. Achtung, er ist an der Tür und nimmt mein Geld. Also an der Treppe. Was ist denn? Ne, ich geh zu unserer Küste. Ey, ich bin runter gefallen. Das ist was Dummes. Ich kriege mal zu einem Fremden hin und frage ihn, ob er mich wiederbeleben will. Warte, vielleicht kann ich dir helfen. Hallo. Hallo. Nein, ich bin auf dem Dach. Wow. Scheiße, nein. Der merkt gar nicht. Aua. Mist, doch, doch. Der hat es gemerkt. Und ich bin völlig dumm abgesch... Natürlich. Das hätte ich retten können. Tut mir leid. Ich habe mich selber getötet, weil ich das mit einem Fallschirm nicht richtig gemacht habe. Ach, das ist manchmal am Anfang das nervigste. Sonst hätte ich den Typen voll von hinten abmuxen können. Das war voll cool geworden. Nein, 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 nein. Das sind irgendwie Automatismen, ne? Die lenkt keiner. Oder? Diese großen. Ja? Ne, das sind NPCs. Auch das eine, was uns gerade angegriffen hat, das war auch ein NPCs. Haha, ich habe dich jetzt immer noch, ich habe dich doch noch mal gerecht. Ich habe den jetzt beobachtet, wie er jemanden anders abgeknallt hat, der dich abgeknallt hat. Jetzt habe ich deine ganze Kohle. Das heißt, ich habe deine Kohle wieder, Mo. Alles gut. Ich habe deine Kohle auch gerade wieder gegriffen. Ich habe, ich sehe dich sogar von oben her. Ich gucke gerade zu. Feindliche Drohne über uns. Feinde landen im Einsatz. Auftrag abgeschlossen. Alter, ich habe einen abgeschlossen. Schon wieder. Der Feind spricht über das Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Sammelt das ganze Geld in diesem Gebiet. Oh, jetzt schießen sie von unten auf mich. Die Schweine. Die ist übelst voll. Ja. Ich verblute schon wieder auf dem Dach. Mist. Hier ist alles voll. Wir sind vielleicht mal woanders. Oh, ich werbe. Oh, ich werbe. Ach. Ach. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ach, der sagt nicht. Hat es erwischt. Das kommt mir gerade vor, als wären wir auf einer ganz normalen... kleinen Herber. Oh, die haben mich auch. Wie gesagt, jetzt bist du schon voll hier, oder? Ja. Sollten wir uns zurückziehen? Ja, wir kommen raus. Da sind wir doch gerade die ganze Zeit. Oh, ich bin über Gulag. Wie komme ich denn hier hin? Und ihr seid da hinten. Ich bin hier beim Gulag. Ich bin auch zum... Dann zum Gulag. Diese Burg ist das Gulag, oder? Genau, genau. Ich bin da. Ich bin da. Au, au, au. Au, au, aua. Au, aua. Au, aua. Au, aua. Au, aua. Was ist hier los? Ich bin im Felsen untergefallen. Ah, ha, 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 ha. Ich glaube, es ist einer in meiner Klemor gelaufen. Kann das sein? Das ist schön. Oh mein Gott, ich habe den Typen umgelegt. Bitte Aufklärung. Zeit für einen Überflug. Drohne erreicht... Ich habe irgendwie ganz schön viel Geld. Ich muss mal irgendwie was davon... Ich sehe, Mr. Faloppi. Ja, komm mal hier. Soll ich... Meinst du mich mit drin andersrum? Ja. Ich glaube, ja. Ich habe ihn jemanden gekillt. Der hat mich verfolgt. Da habe ich eine Klemor gesetzt. Und dann stand er so, bitte bitte am Rand rum, habe ich ihn getötet. Sehr schön. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr bei jedem Kill irgendwie eine Feier startet, ne? Aber mit der Klemor war schon gut, ja? Das war schon. Das ist... Wenn ich irgendwie versuche, sowas hinzusetzen, bin ich direkt tot. Einfach vorbei, weil die Klemor... Dibu, das war totaler Zufall. Ich habe einfach irgendeinen Knopf gedrückt und er hat einen Kneeboer rausgeholt. Ja, bin sowas bei ihm gekommen. Ich wusste nicht mal, dass ich sowas habe. Dibu. Ich loot mal hier die Kisten, ab hier war anscheinend noch niemand... Ja, wir kommen von unten jetzt ran. Durchs Klo. Achtung! Drohntreibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachteil. Ich schlaufe Mr. Floppy hinterher, alle. Da ist die Leiter. Wenn du den linken Stick reindrückst, dann bist du auch am Rennen. Boah, du sagst immer, bei Population findest du es so schön, dass man überall hochklettern kann. Jedes Gebäude, was man hier sieht, irgendwie kommt man auf jedes drauf. Egal wie, es gibt irgendwo eine Leiter, einen kleinen Geheimgang. Bei Population kannst du an deiner Bank hochlaufen. Ich weiß, es ist natürlich was anderes, aber da muss man doch irgendwann einen Armschmerzen kriegen. Nein. Das ist eine goldene Kistenmastudio. Okay. Hab sie aufgemacht. Spezial-Munition. Panzerungskiste. Echt, ich weiß nicht. Oh, Gewehr sieht aber auch schön aus. Die sehen alles schön aus, die Gewehr. Mhm, was schön ist, man kann die dann auch noch einfärben. Hast du geschossen? Alles schön Farbe. Ja. Oh nein, jetzt weiß ich nicht mehr. Ach, da bist du. Ich bin hier unten noch ein bisschen rum und sammeln. Warum? Was musst du noch? Sammeln, Geld sammeln. Wir müssen ja... Ey, dieses Gesammeln finde ich immer ein bisschen anstrengend. Ja, aber das ist ja das Ziel dieser Sachen hier. Wer das meistens Geld hat und so weiter. Und das ist eigentlich nur gerade schön, nicht sterben zu müssen. Genau, deswegen kannst du es schon ausprobieren. Ich starte gleich nochmal. Ja, da können wir ja nicht wieder Leute töten. Ja. Weil wenn man nur hier ist, um zu sammeln, ist das auch ein bisschen doof. Jetzt, wo ich den Killerinstinkt in mir gefunden habe. Ja gut, dann lass uns gleich vor so ein Spiel. Oh Gott, ich möchte mal raus auf Star Royale. Oh. Oh, wieder eine Silber. Aber da sterben wir dann wieder sofort, ne? Und wer weiß. Das ist Leben mehr wert. Ja, das ist richtig. Wir könnten zwar... Also nochmal eine Runde stechen. Oh, guck mal. Ich habe... Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich habe 37.000. Aber ihr habt ja alle noch eine Null dahinter. Ja, das ist dieses langweilige Kistengesammler. Aber das Kistensammeln muss man auch an dem anderen machen. Weil die ganzen schönen Sachen da drin sind. Die Waffen, die man eben noch nicht hat. Die Clusterschläge, die Claymos, Uncode, die Panzerplatten, die Munition. Gasmaske. Die Cluster. Die Clusterschläge. Boah. Beutegeld. Unser Partyhost sucht einen Stiel. Ein Stiel wurde gefunden. Fortfahren. Ausrüstung bearbeiten. Achso, soll ich kurz Pause machen? Moment, dann kannst du dann... Nein, 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 mach ruhig weiter. Ich gucke nur so lange, wie wir hier warten. Hast du das Cover schon getestet? Ja, Uwe. Ich habe es mal rangemacht und ganz kurz mal rangehalten. Und ich hatte das Gefühl, dass die Druckpunkte, die ich bei der Quest habe, die ungefähr hier so sind, dass die auch bei dem Cover sind. Aber das würde ich jetzt mal während einer Play Session austesten wollen. Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. und damit erreicht. Hey, hör ab damit. Schweine. Achtung hinter dir, du bist da oben. Oh nein, ich hab' mal mitgenommen. Oh, jetzt sinds alle tot. Tod durch Zermatschen. Wieso hab' ich eigentlich Stimulantien dabei und ich muss auch mal umrüsten. Operation rapide Entzweihung. Du bist wieder Boneyard runter. Da werden wieder so viele sonst. Drei Aufdrücke, wir könnten ja auch versuchen, zwei hier zu machen. Aber die sind immer so blöde. Was ist denn das hier nochmal? Braucht das irgendwer? Das ist doch Kopfgeld, ich bin so doof. Okay. Dann raus. Ja. Danke Uwe. So, ich flieg' jetzt euren Pünktchen hinterher. Toodoo toodoo. Oder auch nicht. Vielleicht machen wir mal was auf eigener Faust hier. Hoch auf nem Türmchen. Das wär' eigentlich ganz geil. Ich seh' hier nur keine Türmchen. Ja, ich muss hier halt nur diese scheiß Aufgaben machen. Von ihm musst du. Nee, muss ich nicht. Eigentlich brauche ich gar keine EPs. Mir fällt grad ein. Der Battle Pass ist doch vorbei. Ich geh' mal zu Mr. Floppy. Aber für sich auf dem Hausdach zu landen. Geh' runter. Oh, jetzt bin ich neben das Dach geflogen. Ich Idiot. Feindliche Drohne über uns. Jetzt komm' ich hier nämlich nicht wieder hoch. So wie Divo gesagt hat, ne? Du musst natürlich nur die Leiter finden, die wieder hochführt. Oder die Kiste. Oder irgendwas. Irgendwas führt wieder hoch. Hier, hier. Aber was denn? Ich seh' dich. Ach, du meinst, wir können im Haus? Ja. Oh, scheiße. Komm' wieder runter. Oh, da war ein Typ, ey. Ich hab' ihn abgeschossen. Hast du gesehen? Ich steck mir mal seine Panzerplatte ein. Klacka. Ich glaub' da kommt jemand solch ins Haus. Ach nee, das ist nicht schön. Extraktion in Bereitschaft. Eine Landezone markieren. Hier ist noch Maschinengewehr. Mit Aufstand. Wo bist du denn gerade? Ach, ich hab' ja diese Sniperwaffe, weißt du? Okay. Ich mach' jetzt erstmal einen auf Sniperowski. Alter. Drehwurm. Weil ihr so dumm seid, so blöd seid, da krieg' ich euch. Oh Mann. Entschuldigung. Hast du mit deinen Feinden geredet? Ja, ich hab' gerade einen mit Totenstille verfolgt. Übelst lange. Er hat's nicht gecheckt. Ich hab' ihn getötet. Er wollte von mir abhauen. Dann kam sein Kollege. Den hab' ich auch noch mitgenommen. Also waren die super schlecht. Auf wen schießt du denn? Auf den Fallschirmspringer. Ich seh' keinen. Komplett runter. Einfach so. Was? Tatsächlich. Was macht man damit? Einfach, wenn's landet, hinlaufen oder was? Ja. Feindliches Fahrzeug. Bist du was? Ich hab' einen guten Plan. Da unten sind wir an der Tankstelle zwei Feinde. Oh, die schießen hoch zu uns, ne? Ja. Auftragszeit abgelaufen. Wir haben das Ziel verloren. Genau. Haut lieber wieder ab. Ich bin zu gut für euch. Wow. Sehr gerne. Nein, doch nicht. Die haben sich reingeschlichen, die Schweine. Ich probier' mal dahin zu rennen, äh, fliegen. Kannst du mir Rückenschutz geben? Oh, oh, ja. Ich seh' schon, da läuft einer hin, du. Ein Hindu läuft da? Ich weiß nicht, genau. Ein Hindu läuft da? Wie mein'n Gewehr funktioniert hier. Feindliche Drohne über uns. Bin von der Kiste runtergefallen. Immer noch. Feinde landen im Einsatzgebiet. Hm, komisch. Ich wechsle nochmal das andere. Feindliche Drohne über uns. Oh, da kommt einer mit dem Feindstirm. Der Feind der ist feindgesichtet. Ficksel. Mr. Floppy, wo bist du denn? Der hat mich festgenagelt. Ich wollte das Geld holen, aber das hat sich jetzt schon jemand geschnappt anscheinend. Wo ich war, oder was? Ich seh' deinen roten, äh, deinen grünen Punkt, Floppy. Der scheint weg zu sein, oder? Schönen guten Tag. Aber von, von links, äh, kamen, äh, da, äh, da, äh, kundes Timo hier. Ich bin erschrocken. Da waren Leute irgendwie. Schleg dir mal hier ne Miene vor die Tür, damit sich keiner überraschen kann. Hm, sehr nett. So, sind die auch nochmal. Meine Dähne. Obst du beide? Komm zurück. Komm zurück. Voll spannend. Da ist ein Helikopter. Soll ich den abschießen? Ja. Kann's machen. Es kann nur sein, dass der zurückschießt, dieser Helikopter. Ach, echt jetzt? Ja. Ach, wie soll der mich abschießen? Bin weit weg. Oh, ich hab nicht mehr viel Munition. Schöne, nein. Das ist nicht schön. Hm, warte. Ich komme. Wo hast du ne Muni-Kiste, Stefan? Oh. Äh, nein, leider nur. Warte, ich bring eine. Aber es könnte dauern, die Stufen sind nervig. Ich habe einen Knarrer. Da ist er. Oh, jetzt sieht er mich. Jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Leg dich hin. Ich komme mit Munition. Ich lebe. Ich habe nur keine Munition mehr. Ich komme mit Munitionskiste. Ich komme mit der Munitionskiste. Ich komme mit den Treppen. Es gibt keine Fahrstunden. Was hast du denn für eine lustige Mine da aufgelegt? Ich öffne dir schon mal die Tür. Oh, danke schön. Ich mache wieder zu, damit derjenige nicht gleich die Mine sieht. Okay. Die sind ja ganz schön ausgebuffte Ganoven hier. Der Feind springt über dem Gebiet. Feindliche Drohne über uns. Mein Feind ist weg. Ich hätte eigentlich auch vom Dach springen können. Wieso latsch ich denn jetzt wieder runter? Sammelt das ganze Geld in diesem Gebiet. Oh nein. Nein. Ich komme wieder hoch. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Hast du ihn? Bist du oben? Okay. Ihr seid aber. Ey. Ich komme ja voll das Einsatzteam. Wenn Munition fehlt, kommt einer. Wenn ich gestorben bin, kommt einer. Dann machen wir was ich will hier. Ich bin vogelfrei. Hier hinten auf dem Dach sind ein paar zum Sniper machen. Wie meinst du? Zum Abknallern. Man kann ja, ich kann aber über den Reling hier nicht rüber gucken, oder? Oh, da landet einer ganz langsam. Kasse. Das Ding hat einen krassen Rückstoß, ey. Da kommt der Nächste. Da hinten sind noch welche. Guten Tag. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen getroffen. Achtung, das bleibt. Aber sein Kumpel. Die sind gut, die schießen einmal und treffen sofort. Ich kann das nicht nachsehen. Ich eier da mal voll rum. Ich bin ja aber sauer. Entschuldigung, der hat gewartet, glaube ich. Aber das war ziemlich blöd. Ich dachte, der hätte sich mittlerweile um seinen eigenen Käse gekümmert. Nee. Wenn die einmal jemanden gefunden haben, dann sind die so besessen davon, den auch wegzumachen. Da bräuchte man eine Drohne. Ich werde mal ein bisschen weiter sammeln. Ja? Platz 10. Vielleicht schaffen wir es ja. Verbündeten Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Oh, oh, ein Sniper, 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 Sniper. Wir nehmen entkommen. Oh. Alter, die sind da weg. Moment, die kommen. Oh. Ich habe mich ganz schön gut versteckt gehabt da oben. Clusterschlag. Ich mache jetzt so ein Clusterschlag. Hinter einem Ast. Und die habe ich trotzdem gefunden. Das ist ja eigentlich nicht. Oh mein Gott, ich sterbe. Bitte durch. Wo bist denn du? Ich sehe dein grünes Symbol hier. Aber irgendwie. Ach du hast die Treppe hoch, ne? Oh oh. Oh oh. Ich schaffe es nicht. Doch, du schaffst es. Okay, das hilft mir. Okay. Oh Gott, ey. Was für ein Krass. Vielen Dank. Gerne. Bis später. Jetzt bleibe ich. Ich bleibe jetzt einfach liegen hier. Weißt du? Unten. Oder komm mit. Zum Sammeln. Zum Sammeln. Ach so, stimmt. Ich sammle ja gar kein Geld für die Truppe, ne? Aber wir sind... Bis gerade irgendwann haben wir noch Platz 10. Alles gut. Ich sammle so schnell ich kann. Ja. Wenn ihr mich nicht die ganze Zeit wiederbeleben müsstet. Achtung! Feindliches Team verfolgt deine Position. Da ist das Team doch da. Wow 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 wow! Shit. Meinen die dich, oder? Ja, Clusterschlag. Der hat den gerade auf mich geschmissen. Ich schufe wieder auf Platz 10. Aber wenn ihr die ganze Zeit da drinnen sitzt, dann sammelt der ja auch kein Geld. Ich sehe hier keine Feinde. Ja doch, in diesem Feuerwehrhaus. Da sind welche drinnen. Da sind wir wieder snap die ganze Zeit auch noch nicht. Ich versuche jetzt nochmal da rüber zu gehen. Hier ist schon glaube ich ziemlich viel abgelootet. Wo ich gerade herkomme. Aber die Zeit... Ach, schütze sie Mr. Floppy. Hast du etwa so einen Auftrag angenommen? Ich habe nichts angenommen, ne? Die wollen mich. Machen wir den Platz 10 noch, oder? Gold. 30.000. Und? Hm. Ah, die Kohle ist halt in den Vorratskisten. Aber ohne Quatsch, ich weiß, das ist das Thema bei dem Ding. Aber ich finde das Sammeln dann irgendwann immer so... Naja, ich sag mal so, wenn du bei Warzone keine Waffe hast und nichts hast, dann willst du den Mist aus der Kiste. Du willst auch die Kohle aus der Kiste, weil du dir dann Gasmasken holen kannst, Drohnen. Drohnen sind für den Schluss ganz gut. Damit du zum Schluss, wenn es nur noch drei Leute sind, genau weißt, wo die Archis sind, ne? Das machen die ja nicht anders, ne? Und wenn wir es nicht nutzen, ist es denen ihr Vorteil. Also ich starte damit jetzt mal den Royal-Modus, ne? Kisten, 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 immer ganz gut. Okay. Aber kannst du erst mal den Baby-Royal-Modus starten? Den gibt's leider nicht. Obwohl ich sagen muss, der Zombie-Special, das war schon... Das war schon... Ah, jetzt kommt sie wieder mit dieser furztrocknen Zombie-Special. Geschichte. Aber die war echt gut, die hat echt Spaß gemacht. Das war so schön, die war, das war so ein Fan. Vielleicht wenn wir es oft genug wiederholen, vielleicht kommt die ja dann nochmal. Nächstes Jahr Halloween. Kämpf auch so mal als zwischendurch. Die können sie ja als Grinches verkleiden und zu Weihnachten nochmal rausschauen, diese. Du musst jetzt zwei Süßigkeiten sammeln, dass du wieder normaler Mensch wärst. So zwei Schokostangen oder sowas. Achso, wollt ihr nicht Mo mal gucken, ob er aufsitze? Obwohl, jetzt ist es eigentlich scheißegal. Ich guck gerade, aber ich verstehe das Menü hier noch nicht. Ne, das ist viel zu überladen. Außerdem kriegst du jetzt diese Waffe sowieso nicht direkt in die Hand gedrückt. Du kriegst es eh noch nicht. Jetzt hat man ja erstmal nichts mehr, ne? Mhm. Okay. Ich wünschte wirklich, wir könnten auch mal Population One zusammenspielen. Wie wärs mit ein paar Zielübungen. Der Einsatz geht bald los. Das ist die Ende des Lobbys. Du kannst ja Fallschirmübungen machen. Ich mach Fallschirmübungen. Das hab ich hier am Anfang immer gemacht, wo ich noch nichts getroffen hab. Denn der Fallschirm ist manchmal echt... Oh, das war zu spät. Oh, das war zu spät. Ein Schuss, ein Treffer. Und da waren schon die Feinde. Na, wo landest du, Früchtchen? Ah, da läuft doch. Oh, jetzt hatte ich gerade Leute gefunden, die ich abschießen konnte. So, wo wollen wir starten? Am Rand? Ja, irgendwo am Rand. Außer Rand und Band. Ja, dann kann ich wenigstens sagen, du bist schuld. Okay. Also, wieder zur Fahne da vorne. Ich warte, bis euer Pünktchen aus dem Flugzeug fliegen. Oh, das ist aber ein bisschen weit. Das schafft Mo wahrscheinlich nicht. Dann machen wir lieber Lampe. Was? Wieso schaff ich das nicht? Ja, weil du dann... Schaffst das? Ja, ich schaff ja. Falschem Ziehen, Falschem Kitten. Also, man muss hüpfen im Prinzip. Na gut, man kann auch Stink-Klammungshaben darüber fliegen. Ja, das geht ja auch noch. Ich habe das vergessen. Entschuldigung. Dann du. Ich muss immer voll suchen, wo ihr seid. Ich glaube... Ah, ich sehe euch da oben. Okay. Wollen wir zu dem grünen oder dem blauen Symbol? So in die Richtung einfach. Obwohl, ich könnte ja den Auftrag wieder markieren. Der Auftrag wäre ganz hübsch. Dann wissen wir, wo der Kreis zu Ende geht. Also, kleiner wird. Ich sehe keinen. Ja, ich habe meine Markierung demarkiert. Braucht das irgendwer? Braucht das irgendwer? Ich fliege jetzt zu den grünen Dingsiedern, ne? Genau, ja. Okay. Ich habe mich nur gewundert, weil ich euch immer nicht dahin fliegen sehe. Doch, ich bin nur ein bisschen weiter oben. Moment, ich komme mal ein bisschen weiter runter. Jetzt musst du mich sehen. Also, ich habe auch vergessen. Jetzt haben wir erstmal gar keine Waffen. Wollen wir nicht irgendwie, müssen wir nicht in so Häusern stütteln? Ja, aber da wo viele Häuser sind, da sind auch viele Leute. Hier sind wenig Häuser. Hier ist auch keine runter gesprungen. Also, hier sind wir jetzt erstmal alleine. Ich räume mal hier in so einem Haus rum. Oh, schau. Eine Windgranate. Oh, ich habe ein Gewehr. Wow. Ach, das ist aber langweilig. Da ist nichts dran. Leute, ich habe eine dröhende Kiste. Ja, öffnen, öffnen. Hier ist ein Waffe drin. Schöne Waffe. Ist auch, ist auch. Irgendwer war schon hier, sagt der gerade zu mir. Aber warum? Wer sagt das? Das, was die Eichelspielfigur sagt, die anderen gar nicht hören. Ja, echt schade. Manchmal. Lost Edge. So, jetzt müssen wir zu der Fahne da vorne zum Sichern. Manchmal. So, ich komme jetzt mal zu euch. Wir müssen zur Fahne da. Zur gelben. Zum Sichern. Ach so, da bin ich doch schon. Ja. Die ist sogar im Haus hier. Ach so, wenn ihr da seid, dann kann ich ja weiter. Ich habe noch Nusch. Okay, also ich bin hier. Dadurch, dass wir das jetzt machen, wissen wir, wo die Karte ein bisschen eher zusammen zum Ende geht. Ich finde, ich noch schon ein Ding. Dann gucke ich mal. Irgendwo. Guckst du schon. Und wieso ist das Ding hier? Wisst ihr das? Welches Ding? Ich sehe einen roten Po. Ja, ja. Das ist alles richtig, was du machst. Einfach nur da stehen bleiben. Naja. Du sicherst im Prinzip das. Und dadurch verengt sich der Kreis. Und wir sehen schon vorher, wo sich der Kreis als nächstes verengt. Ich habe es gesichert. Boah. Und da sind zwei Panzerplatten rausgefallen. Genau. Ja. Hier werden noch sonst so auftauchen, aber das ist schon ziemlich ein Kriegsland. War nicht noch einer näher dran? Warte, ich guck mal kurz. Hallo, Devo. Oh. Achso, doch. Das war ernst. Guck mal, wenn ich schieße. Guck mal auf mein Gesicht, wenn ich schieße. Habe ich gerade... Na ja, ja, auch gerade. So. Und haben wir irgendwas vor? Oh, hier ist eine Claimor. Möchte jemand eine Claimor? Nimm die mit. Ne, ich mag die nicht so. Okay, dann nehme ich sie mit. Die brauchen wir gleich. Die wird uns den Arsch retten. Ich werde euch dran erinnern. Okay. Ja. Ich habe sie gefunden. Hier habe ich doch fast gewonnen bei den Zombiedings. Da war die Tür noch verschlossen. So, wie ist der Plan? Okay. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ah, wie wäre es, wenn wir uns irgendwie nach da kriechen und da uns Gasmasken besuchen. Was ist denn das jetzt? Können wir nicht einfach die schöne Landschaft angucken? Ist doch nett. Ja, da hat sich ja jemand Mühe gegeben, ne? Ja, sieht echt gut aus. Doch, hier im Superstore liegen auch manchmal Teddybären rum. Ja, wir nehmen uns auch da für Zeit. Was sind Teddybären? Im Laden halt. Teddybären liegen in der Teddybärkiste. Mr. Floppy hat sich einmal da drinnen reingepackt. Und die Gegner abgehalten. In der Teddybärkiste. Keiner hat ihn gesehen. Mr. Floppy. Betäubungsschmähnchen. Sind wir schon bei Shop? Haben wir schon Geld? Mr. Floppy, du kannst dir schon eine Gasmaske besorgen. Ich leide auch noch nicht. Ich kann dir noch, das Rest kann ich abschmeißen. Ne, ich hab da auch nicht so viel. Wo ist denn die andere Scheißkiste? Das regt mich auf. Ach, hier ist die Leiter. Also 800 liegen davor. Oh, hier ist ein Sniper. Einer der epischen Sniper. Moment, ich hab einen Anruf. Achso, in echt? Nein. Wo ist denn die epische? Achso. Aber du musst dafür... Warte. Warte. Das ist ziemlich nervig. Wie komm ich da hoch? Ja, warte, warte. Du musst hier rein. Ah, ich sehe die Leiter. Ich sehe die Leiter. Ich hab die Leiter gefunden. Ding, 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 ding. Genau. Geht wirklich nicht auf die oberen. Interessant. Mag ich jetzt die Leiter oder die? Ich bin jetzt oben. Achso. Sollen wir uns hier einfach verschanzen erstmal? Boah. Wir sind jetzt ziemlich mittig, oder? Ja. Ich hab nur ne Kat-Waffe. Oder sollen wir noch da oben rennen? Moment, das war glaube ich sowieso frische Richtung. War frische Richtung. Vergesst das. Wir müssen eigentlich noch hier hin. Hier entlang. Habe ich jetzt genug Geld? Ah ne, eigentlich wollte ich ja zu dem Shop hier. Okay, dann lass uns mal wieder weiter in deinem Shop. Den Shop habe ich jetzt nur gesehen zufällig. Oh, ich könnte mir aber meine Gasmaske jetzt schon holen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich lieber Überlebens-Kit nehme. Ich nehme das Selbstbilderbelebens-Kit. Und dann kann sich hier die Waffen gar nicht so schön angucken. Das macht man dann im Menü. Ah, toll. Hier ist keiner so. Hier ist noch eine Claymore gefunden. Cool. Hier müssen wir ja kein Geld oder so sammeln. Das geht wirklich nur um unsere Ausrüstung. Ja, ein bisschen Geld wäre schon nicht schlecht, weil man sich halt dann diese Sachen noch zusätzlich kaufen kann, wie Gasmaske. Achso. Oder ich habe mir jetzt ein Selbstbilderbelebens-Kit geholt. Wenn ich so am Boden noch krieche und in Sicherheit bin, kann ich mich nochmal hochholen. Ohne Hilfe. Das ist manchmal, ja. Und hier ist halt Erster werden, das Ziel. Im Moment sind noch 93 Leute, 37 Teams. 93 Leute. Aber irgendjemand hat hier seinen Campingstuhl stehen lassen. Hier sind Leute. Und eine gute Pfandflasche. Und eine gute Pfandflasche. Pfandflasche? Oh, das geht ja gar nicht, ey. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Frieden mit meiner Ausrüstung? Ich nicht. Ich habe voll die Kackwaffe. Du musst ja nicht hin, aber du kannst mir vielleicht Deckung geben. Ja. Das Gas kommt mir her. Ich gebe dir Deckung. Ne, wir sind absolut in der Zone, wer uns interessiert. Geil, ein Snipergewehr. Nur nicht. Achtung, von hinten wurden wir irgendwie... Ach, steh auf, steh auf. Spring runter, spring runter, spring runter. Wo seid ihr? Scheiße. Wieso denn? Ich habe doch... Ich kann die sehen. Ah ne, das war eine Rauchwolke. Jetzt fühl ich mich so nackig und unsicher. Ich habe doch so ein Nachtsichtgerät, weißt du? Scheiße, ey. Meinst du, die waren schon nah dran? Ne, die waren beim Superstar. So, dann... Hast du eine Ausrüstung, Divo? Ja. Ich hau mal kurz in die Richtung ab. Ich habe Angst, zurückzukommen. Also, rennen wir zwei dann nach dir. Das ist kein Problem. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Wo sind wir denn jetzt hier? Achtung, der ist direkt hier. Auf dem Dach gelandet. Feinde in der Nähe! Ich würde immer noch gar nicht hier hin. Ich habe das Dach noch hier... Ich kann den Händler, falls ihr Ausrüstung braucht. Ich sehe gerade einen... Und ich habe gerade die falsche Waffe genommen, merke ich gerade. Ich habe die DMR genommen, die scheiß DMR. Kann ich denn mit einer scheiß Granate rüberwerfen? Der ist unter der Brücke. Der ist hier unten irgendwo. Hier oben ist auch einer hier, oder? Weil mit den Rush... Ja, der ist gerade hochgelatscht. Ah, fuck! Ah, fuck! Ich bin getroffen. Ich glaube, hier unter dir ist der... Ah, mich hat er getötet. Wo ist er denn? Genau unter dir gewesen. In diesem Haus unter dir ist er. Hm, ich dachte, er war offen doch schade. Sorry. Oh mein Gott. Sie schleifen mich in den Gulag. Ah. Ich kämpfe mich mal durch nach Dibo. Ich komme wieder da. Hier ist irgendwo einer hingeschlichen. Hier sind auch zwei. Ich weiß nicht, wo der ist. Der König ist hier. Achso, dann... Weiß nicht, wohin? Da oben wurden wir gerade angeschossen. Feinde in der Nähe. Okay. Ähm, wollen wir unter der Brücke uns versuchen wieder auf die andere Seite zu schleichen, weil da drüben ist der Schock. Achtung, ich bin schon angeschossen. Vielleicht kommen die jetzt hier runter. Ich nehme mal die Miene. Ah! Kein Problem, wir liegen zusammen. Haben wir Geld? Wir haben Geld. Wir wollen ja eh zur Vorratskiste. Sag das davor. Ich muss mich hier voll mit Leuten fighten. Aber das wäre schon trotzdem gut, weil... Dein Geldfight ist natürlich überhaupt besser. Der ist zu mir gekommen und hat mich geboxt. Kannst du einmal nach oben drücken? Deine Falltaste? Wäre ich? Ja. Dann markierst du uns den Händler. Nach oben? Mhm. Da einmal nach oben drücken. Ja, ja. Ich drück die nach oben, aber da passiert nichts. Wieder ein Stück nächstes. Oder war das nach unten? Moment, ich gucke selber hoch. Ah, jetzt war's. Ah, da müssen wir wieder da rüber. Moment. Hier wäre noch eine, aber die ist ziemlich am Rand. Ach dir was. Oder am Stadion. Eigentlich wollte ich ja zu der da ursprünglich, weil die ziemlich in der Mitte ist. Aber da wollen wahrscheinlich eh alle hin. Vielleicht warten wir einfach einen Moment. Wir haben ja noch Busyzeit. Ne, ne, haben wir eigentlich nicht. Doch, eigentlich schon. Bis die da vielleicht abhauen. Dann knallt's nämlich grad an dem Shop. Vollste Lumberyard oder wo? Ja, und das ist die Mitte, aber wer weiß, ob die Mitte überhaupt dort die Mitte sein wird. Ja komm, dann lass uns deinen Rand. Ich geb dir eben das Geld. Warte mal, da ist einer grad ausgestiegen. Da ist eine Versorgungsstation. Nein, da ist ein Typ. Moment, Moment. Da war nichts. Auf den wird geschossen. Vielgesichtet. Aus diesem Haus. Das heißt, da sind auch Feinde drin. Bin unterwegs. Hm. Gut kombiniert, Sherlock. Oder Freunde von ihm, die ihn nur bisschen necken. Ne. Ne, das auf keinen Fall. Also es sind 130 Meter. Meinst du, ich schaff das darüber? Naja, es ist ja da wo wir herkommen und da war grad Radau. Aber die sind ja jetzt bestimmt schon alle tot. Meinst du? Es randaliert schon wieder, hörst du das? Ich guck die ganze Zeit bei Deebo zu. Eigentlich total gemütlich. Ich muss gar nicht selber mehr kämpfen. Ist das echt? Jetzt bin ich nervös. Ja. Ich renne rüber. Ich kann... Wenn ich wüsste wie man umschaltet, würde ich auch mal bei Mr. Floppy zugucken. R1 oder... Ach, ich hab zu wenig Geld. Damit... Ich hätte Geld mitnehmen sollen. Warte, ich komme, ich komme, ich komme auch mit. Okay, dann komme ich. Achtung, hier sind zwei. Ja, ich wüsste. Deswegen sag ich doch, da ist Radau. Warte doch. Das ist alles. Wer ist eine Teufungsgranate? Brauch das auch. Der Linke lebt noch. Oh, 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 oh. Der ist ein Tod Floppy. Der ist ein Tod Floppy. Der ist gut. Der ist jetzt auch wieder da. Wo bin ich? Nur wo wir uns hinlegen, das ist die Frage der Fragen. Hier unten sind doch ein paar... Feinde in der Nähe! Schachsitz! Keine Feinde noch nichts. Wir gehen einfach unter die Brücke. Wir sind einfach ganz krass und legen uns einfach unter die Brücke. Wie finde ich euch denn hier? Meine Fresse. Moment. Ach, ich bin genau über euch. Okay. Hier liegen noch ein paar... Gewehr, wo man nichts gut ist. Gute Schatzschützengewehr gefunden. Hier ist ein Sturmgewehr. Soll ich zu irgendeinem von euch direkt hin oder? Ja, kannst du... Moment, was bin ich? Grün. Okay, ich sehe grün. Ich komme zu grün. Wow. Da bin ich. Wenn die wirklich unter der Brücke bleiben will. Aber ich habe irgendwie so ein Schrottgewehr. Das schießt du nur dreimal. Ja, ich habe auch ein Schrottgewehr, weil ich auch so in die falsche Ausrüstung gekrapscht habe. Ob ich noch einmal an die Lieferung noch einmal drangehen kann? Nee, gell? Wenn man einmal dran war, darf man nicht mehr. Doch, doch, darfst du. Warte, dann Deckung bitte. Ich renne nur noch mal hoch. Oh, feindliche Drohne. Boah, aber das... Ich weiß, deswegen Deckung. Auto? Keine... Ich kann aber nicht da, wo ich erschrocken wurde. Nein, kann ich nicht. Auf mein altes Zeug holen. Ich würde fast lieber das hier mitnehmen. Wieder. Doch, kann ich. Der ist eigentlich gut, ne? Ach, scheiße, Mann. Ich bin unter der Brücke. Achtung, da sind welche zum Kaufstand gekommen nach dir, Mo. Ich komme auch nach dir. Na, dann nehme ich doch lieber meine andere Kackwaffe. Ach, Mann, ich weiß es nicht. Nur weil ich mich verklickt habe. Wer ist wo? Entschuldigt. Da, siehste. Da war er. Die stehen hier vorne, beide. Einer ist oben. Schalper, ich habe gerade das falsche Gewehr. Ja, ich habe einen gesehen. Da waren mindestens zwei bei Mo. Ja, ja, ich habe einen gesehen, aber ich hatte leider das falsche Gewehr. Deswegen konnte ich nicht auf ihn schießen. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Ja. Ich höre dich laufen. Mhm. Ich bin jetzt unter dir. Geht in die Karte zu Ende. Hinter uns ist schon wieder Action. Ich habe gerade einen gesehen. Aber... Ich sehe doch nicht, der Floppy geht ins Haus. d숙 Die Lander Erste sooner Ich weiß,urst da nicht mehr. Vielen Dank.